Bhagavad Gita, Vers 4.8 Um die Frommen zu befreien und die Schorken zu vernichten und um die Prinzipien der Religion wieder einzuführen, erscheine ich in jedem Zeitalter. Erklärung Nach den Lehren der Bhagavad Gita ist ein Sadhu, ein Heiliger, ein Mensch, der im Krishna-Bewusstsein verankert ist. Ein Mensch mag irreligiös erscheinen, doch wenn er voll und ganz die Qualifikationen eines Krishna-bewussten Menschen besitzt, muss er als Sadhu angesehen werden. Duschkritam bezieht sich auf jemanden, der sich nicht um Krishna-Bewusstsein kümmert. Solche Schorken, Duschkritam, werden als verblendet bzw. als die niedrigsten der Menschheit beschrieben, selbst wenn sie mit weltlicher Bindung dekoriert sein mögen, wohingegen ein Mensch, der sich völlig im Krishna-Bewusstsein beschäftigt, aber weder gelehrt noch gebildet ist, als Sadhu angesehen wird. Was die Atheisten betrifft, so ist es nicht notwendig, dass der höchste Herr persönlich erscheint, um sie zu vernichten, wie er es bei den Dämonen Ravana und Kamscher tat. Der Herr hat viele Helfer, die durchaus die Fähigkeit haben, Dämonen zu töten. Er steigt jedoch besonders herab, um seine reinen Geweihten zu beruhigen, die ständig von dämonischen Menschen verfolgt werden. Die Dämonen verfolgen die Gottgeweihten, selbst wenn es sich dabei um ihre nächsten Verwandten handelt. Obwohl Pralat Maharaj der Sohn Hiranyakashipus war, wurde er dennoch von seinem Vater verfolgt, und obwohl Devaki, Krishnas Mutter, die Schwester Kamsers war, wurde sie und ihr Ehemann Vasudeva verfolgt, nur weil Krishna geboren werden sollte. Shri Krishna erschien also hauptsächlich, um Devaki zu befreien und weniger, um Kamser zu töten. Doch tat er beides gleichzeitig. Deshalb wird hier gesagt, dass der Herr in verschiedenen Inkarnationen erscheint, um die Gottgeweihten zu befreien und die dämonischen Schurken zu vernichten. Krishnadas Kaviraj erklärt in seinem Chaitanya-Charitamrita im folgenden Vers das Wesen der Inkarnationen. Der Avatar, die Inkarnation des höchsten Herrn, steigt aus dem Königreich Gottes herab, um sich in der materiellen Welt zu manifestieren. Und die besondere Form des höchsten persönlichen Gottes, die auf diese Weise herabsteigt, wird Inkarnation bzw. Avatar genannt. Diese Inkarnationen existieren ewiglich in der spirituellen Welt, dem Königreich Gottes. Wenn sie in die materielle Schöpfung herabsteigen, werden sie Avatars genannt. Es gibt verschiedene Avatars, wie zum Beispiel Purush-Avataras, Guna-Avataras, Lila-Avataras, Shaktyaves-Avataras, Manvantada-Avataras und Yuga-Avataras. Sie alle erscheinen in einer ganz bestimmten Reihenfolge überall im Universum. Krishna aber ist der urerste Herr, der Ursprung aller Avatars. Shri Krishna, der Herr, erscheint mit der besonderen Absicht, die Ängste der reinen Gottgeweihten zu mindern, die sich sehr danach sehnen, ihn bei seinen ursprünglichen Spielen in Brindaban zu sehen. Der Herr sagt, dass er sich in jedem Zeitalter inkarniere. Dies weist darauf hin, dass er sich auch im Zeitalter des Kali inkarniert. Wie im Srimad Bhagavatam gesagt wird, ist Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu die Inkarnation des Höchsten in diesem Zeitalter des Kali. Shri Krishna Chaitanya führte die Verehrung Krishnas durch die Sankirtan-Bewegung, das gemeinsame Chanten der Heiligen Namen ein, und verbreitete Krishna Bewusstsein in ganz Indien. Er sagte voraus, dass diese Kultur, die Sankirtan-Bewegung, überall in der Welt von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf verbreitet werden wird. Nur in den vertraulichsten Teilen der offenbarten Schriften, wie zum Beispiel den Upanishaden, dem Mahabharata und dem Bhagavatam, können wir auf geheime Weise erfahren, nicht direkt, dass Shri Krishna Chaitanya die Inkarnation Krishnas des höchsten persönlichen Gottes ist. Die geweihten Shri Krishna's fühlen sich zur Sankirtan-Bewegung Shri Krishna Chaitanya's sehr hingezogen. Dieser Avatar des Herrn tötete die Shurken nicht, sondern befreite sie durch seine grundlose Barmherzigkeit.